Charlotte Würdig, 39, ist seit anderthalb Jahren stolze zweifach Mami, und genießt das Familienleben mit ihrem Ehemann Sido, 36. Doch bis zu diesem Glück war es ein schwerer Weg. Nach der Geburt ihres ersten Kindes erlitt Charlotte zwei Fehlgeburten. Nun sprach sie im RTL-Interview zum ersten Mal über die Auswirkungen dieser Schicksalsschläge. Als sie danach erneut schwanger wurde, war die Angst bei ihr vor einer weiteren Fehlgeburt groß. Jedes Mal wenn du irgendwie duschen gehst, oder auf Toilette gehst, hoffst du, dass du kein Blut siehst. Einfach weil du das im Kopf schon so drin hast. Tipps für Promiflash